Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video und damit auch einen fröhlichen zweiten Advent. Nachdem wir uns der schwierigen Aufgabe gestellt haben, Plätzchen in einem Backofen zu backen, versuchen wir uns heute an einem Waffeleisen. Wie das aussieht, das seht ihr jetzt. Solltet ihr das Rezept nachbacken wollen, findet ihr es in der Beschreibung. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020